Herzlich Willkommen auf dem Kanal von Scalar 300. Scalar 300 Zeit. Frohe Freude in der Weihnachtszeit. Ja, die schönste Zeit ist die Weihnachtszeit mit ihren ganz besonderen Eindrücken und Impressionen. Viele Geschenke werden verpackt in dieser geheimnisvollen Zeit, bevor das Weihnachtsfest kommt. Neben Holzkunstartikeln aller Art gibt es noch Schneekugeln für jeden Geschmack und verschiedenen Weihnachtsliedern. So manches Kind wünscht sich so eine Schneekugel und der Spieluhr darin mit einigen bekannten Weihnachtsliedern. Bei dicken Schneesturm inmitten der Schneekugel erklingen bezaubernde Melodien von Weihnachtsliedern. Auf manchen Kugeln fährt auch eine Eisenbahn im Kreis und verzaubert so manches Kind. Musik 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 Das ein oder andere Geheimnis dieser Zeit wird dann zum Weihnachtsfest gelüftet, wenn die vielen Geschenke dann unterm Weihnachtsbaum ausgepackt werden. Die Freude ist groß und so mancher Wunschzettel geht in Erfüllung. Es ist eine märchenhafte Zeit in dieser weihnachtlichen Atmosphäre bei hellen Lichterscheinen und festlichen Weihnachtsliedern, wenn dann noch die Schneeflocken vom Himmel fallen und die Landschaft von einer dicken Schneedecke überzogen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und danke für Ihr Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder einmal meinen Kanal besuchen würden und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ihr Scala 300 Es würde mich freuen, wenn Sie wiedersehen, wenn Sie wiedersehen, wenn Sie wiedersehen, es wäre dannquela careless, wenn Sie wiedersehen, dass Sie wiedersehen, wenn Sie wiedersehen, wenn nicht mehr Informationen,